Zuwendung und Zuversicht. Daran scheint es oft zu mangeln, wenn man sich so umschaut, wenn man so im Alltag ist und Menschen betrachtet, beobachtet oder Menschen begegnet. Ganz einfache Zuwendung und Zuversicht. Nicht in dem Sinne Zuwendung, ich will dich retten, ich will dich belehren, ich weiß es besser als du, du arme alter Sack oder sowas. Das haben ja Menschen oft drauf zu sagen, mein Gott, dass jetzt jemand wirklich wieder behindert, auf welche Art und Weise auch immer, dem muss ich unbedingt helfen und mich zufenden. Und dann präsentiere ich mich und versuche mich zu produzieren und auf eine seltsame Art und Weise mich diesen Menschen zuzuwenden. Also diese Zuwendung ist es auf gar keinen Fall. Oder die medizinische, psychotherapeutische Absicht, wir wissen es besser, komm auf unsere Seite, wir wollen dir zeigen, wo es lang geht. Auch das ist keine Zuwendung und vor allem auch gar keine Zuversicht, sondern nur ein komplexes, mehr oder minder komplexes Programm, das du den Leuten da anbietest. Also wie geht dann Zuwendung und Zuversicht? Und die Herausforderung ist ja immer wieder, zu dem Wesentlichen zu kommen, zu dem Eigentlichen, zu dem Wichtigen, zu dem, was wirklich jetzt eben auch sein kann in dem Sinne. Und da ist eine ganz zentrale Frage, die sich immer wieder stellt oder die man sich in dem Zusammenhang stellen kann, wenn man mit Menschen umgeht, nehme ich dich wirklich wahr? Nehme ich diesen Menschen, der mir da gegenüber steht und mit dem ich gerade bin, in dieser Begegnung wirklich wahr? Begreife ich ihn im weitesten Sinne? Und da komme ich sehr schnell wieder auf das Konzept von Carl Rogers zurück. Carl Rogers hat das versucht, sehr griffig zu machen, indem er dieses Einfühlungsvermögen formuliert hat, zu sagen, ich fühle mich in jemand ein und ich fühle ihn, ohne ihn zu analysieren und damit zu bewerten und damit dann zu unterweisen und all das, sondern einfach nur in diesem Mitgefühl, in diesem gemeinsamen Gefühl, das da gerade trägt, der Begegnung. Nehme ich diesen Menschen, nehme ich dich wirklich wahr? Und in der Wahrnehmung ist ganz viel verborgen. Die Wahrnehmung ist ja nicht nur die Optik. Und viele Menschen denken, das ist nur die Optik. Ja, und dann versuchen sie, das in Kategorien zu schaffen. Wie ist die Gestik? Wie ist die Mimik? Und in diesem ganzen Hirnschmalz, den man da veranstalten kann, an Checklisten. Dabei nehmen sie diesen Menschen dann nicht wirklich wahr. Die Wahrnehmung ist ja auch das Optische oder das Visuelle. Wie ist da jemand? Aber welche Atmosphäre ist da mit diesem Mensch? Welche Corona hat er um sich herum? Was ist das für eine Atmosphäre? Was für Gefühle erzeugt dieser Mensch in mir? Was entsteht da plötzlich? Und interessanterweise, dann ist bei jedem Menschen noch so ein Stückchen anders. Also in dem Sinne wahrnehmen, sehr vielfältiges Wahrnehmen und sich darauf einlassen. Viele Menschen haben Angst, wirklich anderen Menschen zu begegnen. Und deswegen tun sie das nicht. Und deswegen überschreiten sie dann auch sehr schnell Grenzen. Deswegen überborden sie die anderen Menschen, denen sie begegnen, mit Konzepten und Möglichkeiten. Also sie versuchen, den anderen Menschen auf irgendeine Art und Weise zu unterwerfen. Und genau das ist es nicht. Sondern Zuwendung ist wirklich das Zulassen dessen, was jetzt gerade in diesem Augenblick gemeinsam passiert mit dir und diesem Mensch. Und das ist damit gemeint. Also sich wirklich darauf einlassen, auf das, was da läuft. Und das ist kein Lauern. Viele Menschen machen das vielleicht auch falsch, indem sie dann sehr schnell beim Gegenüber den Eindruck vermitteln, der lauert, der will was von mir, irgendwas will der und der möchte etwas. Und das ist es auch nicht. Sondern es ist eine freundliche Zugewandtheit, ein Freundlichsein, eine Einladung, ein Sich-Öffnen. Wenn du dich nicht öffnest, wird sich der andere Mensch auch nicht öffnen. Das ist im Tierreich schon seit Ewigkeiten bei jeder Muschel bekannt. Und es ist für uns Menschen natürlich auch so da. Das heißt, diese mögliche Öffnungs- und Vertrauensperspektive, die dann in solchen Situationen stattfindet, das ist Zuwendung. Begreife ich dich ohne zu unterwerfen, wie gesagt. Die Unterwerfung passiert sehr schnell. Und die Unterwerfung passiert auch sehr unbewusst. Wir meinen es ja eigentlich gut. Wir wissen es ja eigentlich besser. Wir können dir wirklich helfen. Nur ich kann dir den Weg zeigen und lauter solche seltsamen Geschichten, die dann passieren. Und wo natürlich Menschen sagen, das will ich nicht. Also ich werde ja gar nicht wahrgenommen von dem, warum soll ich mich dann unterwerfen. Oder wieso soll ich diesen Menschen dann vertrauen. Und das bedeutet wirklich, begreife ich dich ohne zu unterwerfen. Lasse ich dich in mir zu. So wie umgekehrt eben auch ich dann in dir bin, irgendwo so ein Stück. Das ist ja Begegnung. Beziehung ist Begegnung. Das ist Miteinander. Und das ist auch so ein Stückchen Ineinander. Ohne da jemanden intim zu berühren oder sowas in der Sexualität. Sondern es ist tatsächlich dieses starke Mitgefühl. Und das beinhaltet alles. Und das ist im Zweifelsfall höher als alles andere, was wir körperlich oder sonst wie machen können in der Form oder therapeutisch oder mit irgendeinem Wissenskonzept oder überhaupt auch mit Strukturen, Vorgabestrukturen und Konzepten. Das ist das eigentliche Begreifen. Dann ist natürlich Zuwendung und Zuversicht. Sehe ich deine unmittelbare Not? Spüre ich deine unmittelbare Not? Empfange ich diese unmittelbare Not? Und Not ist ja nichts weiter als Bedürfnisse, die wir haben. Bedürfnisse getragen durch Ängste. Bedürfnisse getragen durch Verzweiflung, durch Depressivität, was auch immer das ist. Also diese unmittelbare Not, dieses Problem, das der Mensch hat, ohne dass es formuliert wird und zergliedert wird und ständig analysiert wird und all das. Sondern spüre ich das Durchdringende, diese Unmittelbarkeit. Das ist das Entscheidende. Also wenn ich das als Mensch auf die Reihe bringe, einigermaßen mich einzufühlen, ohne zu deklarieren, vorschnell zu deklarieren, dann ist es genau das, diese Unmittelbarkeit. Und dadurch fühlt sich dann jemand angenommen und bekommt wirklich eine Zuwendung. Dann natürlich gebe ich Zuversicht und Hoffnung. Sehr wichtig. Das Zuversichtliche, das Hoffnungsvolle ist etwas Segensreiches im wahrsten Sinne des Wortes. Und segnen traut sich hier kaum jemand. Und segnen ist verpönt, weil es tut ja nur der Pfaffe oder diese oder jene und so weiter. Es ist ein verkommenes Ritual, verkrustet, nicht mehr verständlich, ganz oft irgendwo, nicht mehr verständlich für viele Menschen. Aber das ist ja genau der Kern. Gebe ich Zuversicht, Hoffnung und damit den Segen für das Gutgedeihen dieses Menschen in Zukunft. Möge er ein gutes Leben haben, möge er im guten Sinne sein und gehen und möge es gut gehen mit ihm und sowas. Und da kann ich durchaus mal den berühren und sagen so, ich berühre dich und gebe dir diese Zuversicht und diese Hoffnung. Und wie oft sind wir in unserem Leben nicht voller Zuversicht und nicht voller Hoffnung, sondern hoffnungslos. Und kann ich mich in dem guten Sinne erbarmen in diesem Zustand mit, kann ich mich des Menschen erbarmen einfach auch und gebe ich dadurch Hoffnung und Zuversicht. Es wird schon werden, nicht so nach dem profanen Motto, ja alles wird gut werden, es ist schon gut und so gut und so gut und so gut, und wird wieder gut, das ist es natürlich nicht, sondern die Zuversicht, die fühlbar ist, die spürbar ist, auch hier wieder das Spürbewusstsein, das man nicht oft genug unterstreichen kann. Überfordere ich nicht und wir sind sehr schnell, gerade in der heutigen Zeit, an Überforderungsgrenzen, sehr schnell an Überforderungsgrenzen. Da ein Formular, dort was zu lesen, da eine Information, hier nochmal eine Information, da die Gegeninformation, da ein Wissen, das überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist und so weiter. Also wir sind sehr, sehr schnell in der heutigen Zeit, da sie sehr rasant ist und da sie gefüllt ist mit allem Möglichen, vor allem Geschwindigkeit und einfach dem Vermögen, sich sehr schnell irgendwie umzustellen, mit Dingen umzugehen, diesem und jenem, sehr schnell an Überforderungsgrenzen. Und immer wieder die Frage, die man sich hier stellen muss, überfordere ich nicht? Schenke ich mein Dasein zu deinem Dasein? Ja, ich drücke das genauso aus, diesen Satz. Das ist Begegnung, da ist mein Dasein, meine Präsenz, meine Wichtigkeit, meine Möglichkeit an Menschsein und da ist deines und beides, schenkt sich einander tatsächlich auch. Es gibt sich, das ist ja ein Geschenk, nicht? Da begegnet mir jemand und der schenkt sich mir, sich und umgekehrt findet genau das Gleiche statt. Schenke ich mein Dasein zu deinem Dasein? Das ist ja tatsächlich so. Und das ist eine sehr respektvolle Haltung. Wir haben Respekt voreinander in der Begegnung. Und erst dadurch kann Vertrauen entstehen und Begegnung und dieses Ineinander, diese Zuwendung und damit eben auch die Zuversicht. Berühre ich dich? Auch ganz buchstäblich, körperlich angemessen, wenn Berührung da ist und da sein darf. Und Berührung, die als natürlichstes Element auch der menschlichen Begegnung ist hier in Deutschland oder in Industrienationen so gut wie eingefroren. Ich nenne es gerne eingefroren. Es ist nicht mehr vorhanden. Wir wissen das irgendwo, aber wir tun es eigentlich nicht. Oder wenn wir es tun, haben wir bestimmte einseitige Intentionen. Aber nicht diese Unbekümmertheit der Berührung, wie sie in afrikanischen Kulturen zum Beispiel auch vorhanden sind. Es gibt gute Zeiten. Es gibt immer wieder, das ist also eine ganz profane und einfache Wahrheit, immer wieder gute Zeiten. Und es gibt schlechte Zeiten. Beides ist im Leben stets vorhanden. Es gibt richtig schlechte, sauschlechte Zeiten. Und es gibt himmlische, wunderbare, gute Zeiten. Und die Wirklichkeit liegt oft in beidem gleichzeitig. Das heißt, in der guten Zeit gibt es sehr schlechte Dinge und in der schlechten Zeit gibt es sehr gute Dinge. Und zu betrachten, dass die Welt einfach nur eine Aneinanderreihung von Gutem und Schlechtem ist in dem Sinne und das als Gesamtzustand letztendlich dann das Leben ausmacht. Dann vielleicht eine Richtlinie für die Zuwendung und Zuversicht, also für gelungene Zuwendung und gelungene Zuversicht erinnert sie oder er sich gerne an die Begegnung mit dir. Und umgekehrt, erinnerst du dich gerne an die Begegnung. Und wenn du dann nur ein Erbarmen hast, eine Einseitigkeit hast und denkst, oh Gott, diese armen Schweine, eigentlich bin ich ja, will ich ja gar nicht und gefallen mir die Menschen nicht und finde ich es ja so widerlich, wie ich das mal von der Sozialpädagogin gehört habe, die sich da ständig reingegeben hat in die Arbeit, aber sie eigentlich nicht geliebt hat. Sie hat die Menschen und ihre Arbeit nicht gelebt. Lass es sein, geh zum Aldi an die Kasse. Das hat keinen Sinn. Für mich ist es eine ganz wichtige Richtschnur in der Arbeit mit Menschen zu sagen, so Mensch, oh, war das gut in der Begegnung. Der war natürlich in voller Not oder auch nicht in voller Not, aber es ist so diese menschliche Begegnung. Und wenn ich mich gerne an jemanden erinnere, dann ist es doch mal eine gute Leitschnur zu sagen, oh, das ist aber interessant. Und erinnere ich mich gerne an die Begegnung mit diesen Menschen und der sich natürlich dann auch mit mir. Das heißt, es zählt die Begegnung an sich. Dass wir uns als Menschen überhaupt immer wieder begegnen können, ist das Wertvollste überhaupt. Es zeigt, dass wir nicht alleine sind. Es zeigt, dass wir die Dinge in der Welt miteinander teilen. Dass wir zusammen sind, immer wieder zusammen sind. Und genau das ist das Heilsame und Zuwendung und Zuversicht Schaffende. Wir sind Menschen in der einfachen Begegnung an sich. Wir geben Hoffnung. Wir geben immer wieder Zuversicht. Und das braucht es jeden Tag, jeden Tag braucht es Zuversichten. Weil es ist so holprig und unübersehbar und schwierig und problematisch. Und immer wieder diese Zuversicht zugegen. Und deswegen verstehe ich auch so Leute, die nur durch die Welt reisen und mittlerweile den Menschen diese Zuversicht immer wieder geben in ihrer Präsenz. Und einfach so reihenweise den Leuten in die Augen schauen, eine kurze Berührung stattfinden lassen, eine kurze Ansprache haben. Wirklich nur kurz. Du brauchst ja keine Psycho-Edukation oder irgendeine Anamnese und diesen ganzen komplexen Kram, sondern nur die Unmittelbarkeit der menschlichen Begegnung. Und das war es. Zuwendung und Zuversicht. Daran mangelt es leider oft. Ungönlich even! Ausatnie! Hagel! Ausatnie! Ausatnie! Vielen Dank.